Hallo zusammen, ich wollte einfach mal zeigen, dass ich mir jetzt wirklich den Arsch aufreißen werde und mit dem 5K Lauf, den ich dann irgendwann mal abschließend machen möchte, mit den Vorbereitungen dafür einfach beginne. Ich habe so ein Trainingsprogramm gestartet bei Garmeln, da wirst du dann dran geleitet, was er da so machen soll, Schrittfrequenz laufen, dies, das, strammes Gehen und was nicht alles, jede Menge verschiedene Sachen werden da nach und nach abgerufen, sodass er dann irgendwann mal, nach 12, 16 Wochen ungefähr, soll es in der Lage sein, den 5K Lauf zu bestreiten. Ich bin gespannt, ich werde das hier nach und nach mal dokumentieren, auch für mich und im Prinzip bin ich selber gespannt, wo die Reise hingeht. Man muss mal gucken, wie das Gewicht sich auch verändert. Das Gewicht ist leider nicht mehr richtig, das geht natürlich wie immer nach oben, nach unten geht ja irgendwie nicht und wie ihr seht, das ist ja viel zu viel, da müssen wir nicht drüber reden. Ich bin ja keine 2,37 Meter groß, da würde das so einigermaßen passen. Ich bin zwar 1,86 Meter groß, das ist nicht ganz klein, aber trotzdem deutlich zu klein für das Gewicht und da werde ich dann mal gucken, da werde ich mal dran arbeiten, wie das sich so verhält und so und dann helfen diese Programme, diese 5K Programme, gibt es ja von, weiß nicht, von Fitbit, von Apple, von was weiß ich, von jedem Hersteller gibt es sowas, von jeder App gibt es sowas und da kann man halt sehen, wie man das bewältigt und wie man das so macht und ja, das werde ich jetzt so nach und nach mal festhalten und mal sehen, was dabei rauskommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ich bin gespannt, Samstag ist die nächste Sporteinheit, das kann man dann hier auch abrufen unter Coach. So, Samstag zum Beispiel ist dann Run, Walk, Run, 10 Minuten gehen, 800 Meter laufen oder joggen und 10 Minuten Cooldown und dann hätte man praktisch diese Trainingseinheit dann beendet. Dann hätte ich die für diese Woche, hätte ich den Trainingsplan erfüllt, nächste Woche wird natürlich dann heftiger, sind immer so Begleitvideos dabei und so, ist eigentlich ganz gut gemacht, also ist nicht verkehrt dafür, dass es völlig kostenfrei ist, ist das völlig in Ordnung. Ja, dann werde ich mal gucken, wie es so weiterläuft, ich werde berichten. Habt einen schönen Tag, ciao.